Bei Freunden auf Norderney oder fünf, sechs Tage dort in Italien oder sieben Tage, bei Freunden, mit den Freunden zusammen zu kochen, zu frühstücken, im Gästezimmer zu schlafen, da erhebe ich auch keine Rechnung, wenn mich die Freunde hier in Berlin besuchen. Aber da hätten Sie natürlich auch sagen können, ich gebe euch mal pro Nacht 150 Euro, so was, was spricht dagegen eigentlich? Machen Sie das bei Ihren Freunden so.